Dekon oben lassen! Der Zins will ich sehen! Du willst doch mal was werden! Hör doch auf, alter Mann! Was weißt du denn schon vom Boxen? Ruhige dich, Junge. Lass uns Pizza essen gehen. Was ist das? Das ist unsere neue Pan-Pizza. Von dem Herrn dort, Muhammad Ali. Er sagt, sie hätten ihm alles beigebracht. Die neuen Pan-Pizzas. Unwiderstehlich gut, ofenfrisch und nur bei Pizza Hut. Jetzt neu entdecken, die neuen Pan-Pizza. Die neuen Pan-Pizza.